Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu 9079 Revolution Black Friday. Wir suchen die Kamera unseres Vaters, beziehungsweise die Ersatzkamera, weil unsere hat die Polizei. Da haben wir noch eine Speech gefunden. Schau an diese Letzter. Sie waren wirklich in Liebe. Every night before I sleep, I read the Rumi poem you gave me the day you left, and I'm comforted, remembering the sound of your voice, reading it to me. You are the only reason I divert my gaze around the east as people catch a glimpse of the sun setting in the western sky. Tamame oram toi, you are my life, Shirin. Die kann ich mir jetzt angucken? I have to take this back and show my buddies in Germany. They didn't believe me when I said we had beaches in Iran. Wait till they see this. Glücklichere Zeiten. Wollen wir noch einen angucken? Äh, vielleicht Spring Holidays. Das sind echte Aufnahmen. Oh, was die alles am Essen ankarren. Oh, wie super. Glückliche Zeiten. Voll schön. Na, ich guck noch, ich guck die anderen auch noch an. Das find ich sehr schön. Ja. Ich guck noch, ich guck die anderen auch noch an. Das find ich sehr schön. Wow, Paris Police is huge. Everyone is so tiny standing next to those ruins. I've never been to Esfahan, but my mom's sure there's nothing more beautiful than that mosque. Das sieht echt schön aus. Oh, please don't tell me this is where I, yup, that's my first day of school. Look at my shorts. Mom, what were you thinking? Das könnte auch echt Deutschland in den 70ern sein. Wie die Leute rumlaufen, wie sie angezogen sind, wie sie aussehen. Das Bild will sich bei mir gerade gar nicht mit dem Wort und dem Land Iran verbinden. Das passt so irgendwie gar nicht. Spring holidays. Hatten wir es. Da haben wir noch Flughafen 68. Oh, ich erinnere mich das. Das ist der Tag, wo wir Uncle Jamshid und Jabod am Flughafen verlassen haben. Da ist niemand. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er so einfach falsch. Es ist Zeit, um ihn zu Amerika zu gehen. Amerika. Vielleicht sind das auch falsche Vorstellungen von mir. Aber ich... Ich habe jetzt gedacht... Guck mal, da ist niemand verhüllt und gar nichts. Das sind einfach... Sie sehen aus wie meine Eltern zu der Zeit. Wenn ich mir so alte Home-Videos angucke. Cooking with Family. Oh, das Digg ist enorm. Ich kann es in den Weg gehen. Imagine how good the Tandik must have tasted. Oh, Mama Nee. Baba Nee. Oma und Opa? Baba Nee was making some... Kabob? Kabob? Haha. Und jetzt die After Freeze Hike durch die Mauten, Klassik. Oh, my God, is that Amuhushi? He's so young. Oh, this looks like fun. I missed out. Schön. Und die letzte, das da, Shirin und Momayun. I've never seen this. I'm not even sure Hussain's seen this. Wow, they look so happy. Ja. Allerdings. Sie sind auf dem armen Hund. Hi, Affen. Ah, das war schön. Huch, das wollte ich gar nicht. Das war schön. Okay, wir suchen aber weiter in die Kamera. Was haben wir hier? Oh, man weiß es nicht. Baba was really committed to Iran back then. Shirin Juman, my lovely Shirin. Everything has been happening so quickly that I decided to write you now that I have arrived in Tehran and have my wits about me. The country is humming with an infectious energy and I cannot help but give in to its pull. Men, young and old, are coming together and marching as one with no sign of relenting. I wish you could be here to share in the thrill of this momentous time in our country's history. I don't know where tomorrow will lead me. Ashe Getam, I love you. Momayun. Reza and Mr. Jafaris Daughter. Ah, das ist der echte Reza. Hihi. Okay, wir brauchen immer noch die Kamera. Ich bin hier ein bisschen abgelenkt von den ganzen Sachen, die es hier zu sehen und tun gibt. Reza and Cousin Ali. Das ist der echte Ali. I never thought my dad would leave my mom's side to join the movement. Eshgarm, my love, I don't know how to feel about you leaving so suddenly. I cannot condone your choice to join this rowdy movement. Your hands have never touched the slick of crude oil nor have they ever tilled soil. Why do you care if laborers get paid one tomen more? Still, I worry. I miss walking hand in hand along the trimmed gardens of Haf-Hes' tomb in the springtime and the inviting scent of a jasmine. Only time will tell what becomes of us. Mi boza met. Sending you a kiss, Shirin. Reza and Humayun in Sharmal, Shomal. I wonder if there's any money left in this Boran from Noroos. Hey, lucky me. Reza's Birthday, Oktober 1975. Yay, Party, Geburtstag. Das sind doch mal schöne, schöne Worte. Ich glaube, da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Ich kann hier noch nicht mehr bleiben, Reza. Für mich oder für deine Eltern. Was hast du gesprochen, Bobak? Dinge haben verändert und du es kennst. Für die erste Mal habe ich mich herausgefunden, wie anders wir wirklich sind. Ich habe dich über meine eigene Familie entschieden. Was willst du von mir? Ja, aber es macht uns nicht gleich. Cool. You remember this? We went up north to Cholom. By the Caspian Sea. God, I miss those days. I think we spent the whole summer outside. Es ist ein meiner Lieblingsfammerung. Ja, mir auch. Ist es so anders jetzt? Nein. Das ist das Problem. Aber egal, was passiert, wir sind immer Freunde. Ja, Mann. Forever. Du wirst uns morgen? In Jale Square? Wenn das, was du willst, werde ich da sein. Was ist das? Ich bin nicht hier gekommen, um die Masse zu fotografieren. Bleib auf den Seiten. Kein violence, Ali. Du verstehst du mich? Schau, wir wollen keine violence. Aber wenn sie uns attacken... Gott helpt sie. Was machst du, Ali? Violence ist nicht die Antwort. Du gehst zurück, du bist gut. Du hast deine Kamera, richtig? Du denkst, wir haben eine Chance für die violence gegen diese Regierung? Das ist das, was sie wollen! Was willst du uns machen? Just allow sie uns zu schlafen? Wir zeigen ihnen, dass wir stärker sind. Okay? Keine Schäden, keine Tanks, keine violence. Das ist richtig. Wir zeigen ihnen, dass nichts mehr als die Willen der Menschen sind. Es ist nicht mehr dein Telefon, Ali. Verstehst du? Es ist meine. Sie ist richtig. Sie ist richtig. Die Polizei hat sie in charge. Ich weiß genauer. Du auch? Hm. Ja, ich auch. Hier ist der Plan. Wir müssen die Menschen entdecken und sie in die Jalee. Okay. Ich verstehe. Nein. Nein. Ich weiß, ich weiß. Jafar, Nazar, Hamid und Sirus. Ali, was machst du hier? Hey! Relax, Leute. Nur für die Preise. Okay? Preise? Ich habe das gefunden. Jetzt gehen wir zur Straße. Zeit, um zu gehen. Was hast du gemacht? Wir müssen uns mit uns. Okay. Er hat eine Waffe dabei. Ich glaube, das wird nicht gut enden. Ich habe da so ein Gefühl, dass das nicht ganz so gut enden wird. Puh. Kapitel 16. Black Friday. Da ist er, der Black Friday. Okay. 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 If all of those times you wrote to me from Germany, complaining about how the world works? Well, this is your chance to do something about it. No matter how chaotic things get, just remember. This moment won't last, but your pictures will live on forever. Okay. Alright, Baba. These guys got balls, man. More like nothing left to lose. Stamp of the Mujahideen. Stamp of the Mujahideen. A message from the people's Mujahideen in Iran in support of Ayatollah Fadlala, the presumed spiritual leader of Hezbollah and the proponent of the Islamic Revolutionary Movement, who called for armed resistance against Israel and the West. All right, bye-bye. Time to take some photos. Don't just take photos, Reservo. Neshun, neshun, baby. Has it been 40 days already? I can't believe how many people are out to mourn the death of those protests. We follow the streets in echt well. Mourning protesters and keeping with Iranian customs demonstrators mourned the death of fellow compatriots on the 40th day after death. Scherch. Destruction of property. As tension mounted, burnings and indiscriminate destruction of government, institution and property became a rampant form of expression. Is that the house name? Also wieder dasselbe oder nicht. We'll be right next to you. Just like before. We're in this together. Watch out. They're going after the American cars. Death to America. When protests turned violent, rioters defaced and destroyed US-manufactured products. Its anti-american sentiment flourished as a response to the West's stronghold from Iran. The Shah's portrayal was ever present on a mandatory display at every government office, textbook or business establishment. Überall war also der Shah drauf. Okay. Die haben das dann verbrannt. United against the West. A message from the Islamic Revolutionary Guard. The Muslim people of Iran, with full solidarity and consciousness, stand in the face of bloodthirsty colonizers like America, who will once again taste the bitter experience of Vietnam. A message from the Islamic Revolutionary Guard. Ihr seid hier illegal! Ihr müsst! Was machen sie? Sie schreien die Menschen, Baba? Mubazepash! Sie schauen! Sie sehen sich nicht! Ich kann mich nicht machen! Das machen Sie, Reza! Ihr Bild wird mehr als alles, was Sie können. Okay. Ich habe das. Ich kann es nicht glauben. Der Welt muss das sehen. Ich sollte etwas machen. Ihr seid kein Kampf hier, Reza. Keine von uns sind. Das ist wirklich schwer, Baba. Was macht die Armee? Das sieht nicht gut, Reza. Ihr müsst gehen. Meine Damen und Herren! Bleiben Sie nicht durch diese Regierung! Bleiben Sie sich an! Zeig ihr Kraft! Das ist eure letzte Ordnung! Krieg zurück! Bereit? AIM! Feuer! Was? Haben die echt das Feuer eröffnet? Was? Heu-Shit-Mam! Was? Heu-Shit-Mam! Was? Wie schießen die echt auf die friedlichen Protestanten? I gotta, I gotta get to him No, I can't, let's go The soldiers are shooting I don't care, I don't care Let's go Oh god, oh god Whoops Whoops Ich dachte, das wird erst angezeigt, wenn man es machen kann, aber es wird schon Oh, jetzt habe ich, das war natürlich jetzt super Okay, wir müssen also auch darauf warten, dass die Schüsse aufhören Jetzt Hold your fire What are you guys doing? That's it again, that's it So many bodies, oh my god, oh my god I'm coming, Ali He's fire, he's fire Oh my god, Ali Lisa, Ali, he's been shot, he's bleeding from his stomach Go Are you sure you know what you're doing? That boy's still alive, isn't he? Carole Just, Ali, it's gonna be okay Careful, little cousin It's gonna hurt Ali Okay, okay, I gotta stop the bleeding Ah, ah Ah, ich muss Ah, ich muss das da drin halten, okay Okay Okay, patch ihn ab, lass uns gehen Hurry Alles wird okay, Ali Wir müssen gehen, wir sind so viele, die kommen jetzt Geh'n ab, geh'n ab, lass uns gehen Wir müssen aus der Straße gehen Geh'n ab Hab' ich so super verbunden Entschuldigung Das sah ein bisschen seltsam aus Naja, gut Kapitel 17, High Noon Und das werden wir uns in der nächsten Folge ansehen Ich danke euch sehr fürs Zusehen Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde Und ich bin ein bisschen geschockt Bis zum nächsten Mal Bei 1979 Schluck Black Friday Revolution Black Friday Macht's gut Tschüss sieh'n